hallo heute ist freitag der sechste zehnte und wie ihr vielleicht hört ist meine erkältung nicht wirklich besser geworden von gestern deswegen heute auch echt nur ein video mehr schaffe ich heute einfach nicht wenn männer eine erkältung haben dazu kommt auch so ein bisschen gelegen es gibt jetzt auch nicht so die riesen nachrichten heute die man jetzt verbreiten müsste sicherlich der nobelpreis für icann es wäre sicherlich eine nachricht die ich machen wollen würde sonst aber insbesondere die kritik von icann an der bundesregierung und den fast schon schleimerischen bekundungen der jetzigen bundesregierung auf allen voran von sigmar gabriel und von heiko maas während auch sicherlich eines videos wert aber ja heute mache ich nur dieses video hier und hier geht es mal wieder um den g20 das thema wird mich sicherlich auch nicht in ruhe lassen auch wenn ich natürlich merke an den klickzahlen das interessiert eigentlich keinen mehr ich muss sie trotzdem einfach machen aus vor allen dingen aus einem ganz einfachen grund ich habe ja bestimmte dinge vor dem g20 schon vermutet und ich sehe mich sehr sehr darin bestätigt was dann auch eingetreten ist nämlich eine bewusste und herbeigeführte eskalation der polizei das ist die polizei hamburg nicht so ernst nimmt mit der wahrheit das wusste man seit den gefahren gebieten dort die einzig und allein auf einer einzigen lüge erstellt wurden dass angeblich eine polizeiwache dort angegriffen wurde was nie passiert ist und trotzdem über monate hinweg sank pauli als gefahren gebiet mit ausgesetzten bürgerrechten fungiert hat so hier jetzt dass wir jetzt das wissen ist übrigens mal wieder der links partei zu verdanken denn die hat mehrere anfragen gestellt an die bürgerschaft hamburg und nur darüber kam das überhaupt nur ans licht man muss sich nicht vorstellen dass solche sachen einfach mal preisgegeben werden sowohl nicht vom amtierenden bürgermeister olav scholz cdu dem amtierenden innensenator an die grote oder dem justizsenator der ja sogar bei den grünen ist muss man sich nicht glauben dass sowas dann direkt auch mal öffentlich gemacht wird sondern nur auf nachfrage der links partei kommt so etwas zustande warum geht es jetzt hier die polizei hatte ja gesagt wir konnten nicht in die schanze weil wir wurden dies waren hinterhalte von offenen dächern gab es hinterhalte und deswegen konnten wir nicht wir mussten die randalierer dort stundenlang machen lassen was sie konnten was sie wollten die stanze komplett in schuss und asche legen das war komplett gewollt von der polizei dass das passiert das war auch schon vorher klar dass das das habe ich auch in den videos vorher gesagt dass genau dieses viertel ja sowieso schon immer ein dorn im auge der polizei ist warum weil dort menschen leben die mit diesem polizeistaat nichts anfangen können was besseres gibt es als diese mal ihre eigene ihre eigenes ihr eigenes ihre eigenen ideen und ihre eigenen überzeugungen mal schmecken zu lassen in dem da mal ordentlich mal randaliert wird genau das war die absicht der polizei genau das war die absicht von hartmut dudde das dafür steht dieser mensch so in der nacht vom 7 auf dem 8 juli gab es halt diese diese randalierer die barrikaden angezündet haben und geschäfte geplündert haben ja und erst das spezialeinsatzkommando des sek kam dann halt so hat er angeblich erst die lage in den griff bekommen die anderen haben sich die haben gesagt wir trauen uns da nicht rein das sind bestimmt hinterhalte die haben sich irgendwelche horrorsachen ausgedacht warum sie da nicht rein wollten es habe lebensgefahr für die beamten bestanden so rechtfertigte die polizeiführung das zögern man habe erkenntnisse gehabt wonach sich gewalttäter auf dächern in der straße schulterblatt versammelt hätten um mit steinen und gehwegplatten und eisenstangen und molotov cocktails die polizei dann zu bewerfen das sagt die polizei auch heute noch dass das so gewesen ist auf die frage wie viele dieser gegenstände als beweismittel denn gesichert wurden teilte die behörde nur mit keine eisenstangen pailletten große steine mit denen spezialkräste auf einen besetzten auf einen aus einem umkämpften haus am schulterplatz eins beworfen sein sollen habe man ebenfalls nicht gefunden also weder die sollen ja daraufhin beworfen worden sein hätte man ja die auf der straße irgendwo finden können außer es ist ein räumkommando hinterher der der randalierer ein räumkommando der randalierer hinterher durchgegangen hätte die sachen erstmal aufgesammelt natürlich nicht hinweise auf selbstgemachte eisensperre mit denen sich gewalttäter bewaffnet hätten sind ebenfalls gab es nicht man kann einzigen eisensperre gefunden und jetzt mal ganz simpel die behörde räumte ein beamte hätten erst am 12 juli also vier tage nach den ausschreitungen damit begonnen vor ort beweismittel zu sichern so natürlich hätte das jetzt dann wegkommen können in der zeit aber auch das ist doch taktik dass man sagt naja wir haben ja erst dass man dass man diese bewussten zweifel für irgendwie ich habe wenn man sich mal die die konnte die hier bei spiegel online ist der artikel wenn man sich die die kommentare dazu mal da sträubt sich ein haar wie leute sich das immer noch zurecht biegen dass die polizei ja heroisch um ihr leben gekämpft hat das was jetzt gerade mit heroisch um ihr leben kämpft das sind offizielle kommentare von so schnarchnasen im fernsehen dann gewesen dann dazu ja so herrentorten die meinten da ihre eigene meinung nochmal durchblicken zu lassen wovon man einfach meint junge schnauze halten du hast keine ahnung wenn hier wirklich also so eine so eine so eine einmaligkeit wie gewesen ist mit hinterhalten und eisensperren und sonst irgendwas wieso zum geier wird da erst vier tage später angefangen beweise zu sichern dafür wenn das so wichtig gewesen wäre generell habe die kriminalpolizei wegen personalmangels viele tatorte nicht auf zeitnah aufsuchen können ja genau da wird man wohl prioritäten setzen oder nicht dann wird man da wohl prioritäten setzen und welches ist wohl die wichtigste priorität gewesen genau diese nacht an der sich alles aufhängt sämtliche diskussionen nicht an die polizei gewalt vor am nachmittag das interessiert keinen menschen mehr wie die polizei da die leuten die menschen zusammen geknüppelt hat ohne grund das interessiert keinen menschen mehr oder die sachen später danach interessiert auch keiner mehr es interessiert genau diese nacht das war auch schon klar in dem moment als es passiert ist und da kommt die polizei auf die idee vier tage später erst mit der beweisführung anzufangen nee das ist gewollt dass sie dann nicht vorher anfangen mit der beweisführung damit es weiterhin auch zweifel gibt weil sie wussten ganz genau dass da nichts zu finden ist weil sie wussten ganz genau da war gar nichts auch zum beispiel in altona gibt es gar nicht in der schanze da angeblich hätten randalierer einen molotov cocktail auf mehrere fahrzeuge der bundespolizei geworfen also erstmal einen molotov cocktail auf mehrere fahrzeuge wie sollen sie immer wieder zurückgeholt und wieder geworfen und wieder zurückgeholt und wieder geworfen oder was der polizeipräsident ralf martin meyer gar nicht mal der dudde selber diesmal der sagte dann dazu am 19 juli vor der bürgerschaft ein wagen sei deswegen abgebrannt weil die der molotov cocktails auf die polizeiautos geschmissen haben aufgrund der linken anfrage heißt es nun aber entgegen den zunächst bei der polizei hamburg vorliegenden erkenntnissen sei es nicht zu einem brand der fahrzeuge gekommen ja was denn nun entweder ist ein auto abgebrannt oder nicht so angekokelt können wir das jetzt sagen oder ist es so halb abgebrannt drei viertel abgebrannt so ein plötzlich hat nichts gebrannt einfach stunken und erlogen erstunken und erlogen was soll man dazu noch sagen interessiert aber keinen mehr es interessiert keinen mehr sämtliche legitimierte demonstrationen sämtliche sämtliche legitimierte kritik am g20 ist komplett weggewischt durch das verhalten der polizei am nachmittag und durch die durch die idioten die da randaliert haben im schanzenviertel die paar hundert dies waren es waren ja gar nicht mehr als das waren ein paar hundert leute und die polizei macht nichts hat nichts dagegen gemacht aus angeblich aus angst weil sie um erleben fürchten muss und nun können wir mit fug und recht sagen das ist erstunken und erlogen der polizei erstunken und erlogen und es wird keinerlei konsequenzen haben weder für den polizeipräsidenten noch für hartmut dote noch für irgendwer an die grote olaf scholz vollkommen egal die lügen sich die nase wund die weiß gar nicht mehr wo die hier hinwachsen soll und es passiert nichts keinerlei konsequenzen für diese herren ein und Untertitelung des ZDF, 2020